Da ist Charles III. auf den Tag genau, gerade mal sechs Wochen König. Da muss der ungekrönte Monarch die erste massivpolitische Krise als Staatsoberhaupt begleiten. Ich sage bewusst nicht meistern, denn der König ist laut der ungeschriebenen Verfassung des Vereinigten Königreiches zur absoluten Neutralität und politischer Untätigkeit verdammt. Eigentlich. So begasse im RTL-Interview. Doch jeder, der den 73-Jährigen kenne, weiß, dass ihm das so überhaupt nicht schmecken würde, und dass er sich eben doch einmischen wird. Die verstorbene Queen hat insgesamt 15 Premierminister kommen und gehen sehen, jetzt liegt es an König Charles, sich zu beweisen. Ob er mit Truss Rücktritt gerechnet hat? Der Adelsexperte ist sich ziemlich sicher. Das Liedstruss, die noch von seiner Mutter, der verstorbenen Queen, zwei Tage vor deren Tod vereidigt wurde, schon wieder das Handtuch werfen musste, wird den Royal nicht überrascht haben. Dass er, der sich zusammen mit seiner Camilla als neues Königspaar präsentieren will, sich einen weniger turbulenten Staat im königlichen Amt gewünscht hätte, ist auch klar. Aber, sorry, Sir, das ist jetzt ihr Leben. Für König Charles III. ist Liedstruss die erste Premierminister, die wieder von der Bildfläche verschwindet, und nur ein politischer Hauch in der britischen Geschichte. Das weiß auch der neue König, erklärt Begasse. Das weiß auch der Gewisse.